Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir uns einmal ein paar Dividendenaktien anschauen, die den Markt mehr als nur geschlagen haben. Denn es gibt ja immer die Frage, sind denn Dividendenaktien hier besser? Sind Wachstumsaktien besser? Dabei ist die Frage komplett irrelevant, denn die eigentliche Frage, die man sich stellen muss, was ist eigentlich hier ein gutes Business? Denn gute Aktien mit einem guten Geschäft werden euch auch einen guten Return geben. Und nur weil ein Unternehmen mehr oder weniger als Wachstumsaktie bezeichnet wird, muss das ja nicht gleich ein gutes Unternehmen sein. Denn für jede Tesla gibt es eine Nikola Motors, für jede Nike gibt es eine Under Armour und für jede Alphabet gibt es ein Yahoo. Also wollen wir uns doch mal ein paar Unternehmen anschauen, die den Markt geschlagen haben im Total Return. Wie immer das jetzt keine Anlageberatung oder ähnliches. Als erstes habe ich hier eine Aktie mitgebracht, mit der wohl keiner gerechnet hätte, denn wir reden hier von keiner anderen als der Altria Group. Ich habe hier als Zeitraum 30 Jahre einfach genommen, da 30 Jahre nun mal für die meisten auch ein Anlagehorizont sind. Also wenn man hier wirklich Richtung Buy and Hold geht, finde ich 30 Jahre durchaus einen realistischen Zeitraum. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann sehen wir, dass wir bei Altria ein Annual Return von 14,98 haben. Natürlich ist es so, dadurch, dass wir hier einen Drip Calculator benutzen, ist es so, dass wir keine Steuern auf die Dividenden zahlen und sie 1 zu 1 direkt wieder reinvestieren. Jedoch gibt es auch eine Sache, die natürlich hier positiv noch angemerkt werden muss, denn wenn wir einmal hier runter gehen, dieser Rechner berücksichtigt sich keine Spin-Offs. Und Spin-Offs gab es hier bei Altria 2, die mir bekannt sind und wir fangen hier direkt mit dem ersten Spin-Off an. Und das ist Kraft Foods, welche nachher auch einen Merger gemacht haben mit Heinz, glaube ich. Deswegen heißen sie jetzt auch Kraft Heinz. Und das gab es im Jahr 2007 und das war es noch nicht alles, denn neben diesem Spin-Off von Kraft Foods hatten sie noch einen weiteren Spin-Off und das ist die Altria Group gewesen. Man sieht hier auch, dass man hier auch als Altria-Aktionär wieder Philip Morris Aktien bekommen hätte. Also wir hätten ja nicht nur den Total Return hier von Altria, sondern wir hätten auch noch Philip Morris Aktien und Kraft Heinz Aktien und deren Dividende und die können wir auch noch reinvestieren. Also wir merken hier, obwohl wir eigentlich eine Aktie haben, die, ja sagen wir mal, für viele eher uninteressant ist, hatten wir hier über die letzten 30 Jahre ein gutes Wachstum. Natürlich können wir nicht sagen, nur weil die Aktie jetzt in den letzten 30 Jahren gut war, dass sie auch in den nächsten 30 Jahren gut performt. Das wird sich halt zeigen. Wenn wir dann aber weitermachen, dann haben wir eine weitere Aktie, die mehr oder weniger das gleiche Problem hat, nämlich Spin-Offs und das hier ist keine andere als Pepsi. Hier hatten wir auch einen Annual Return von 11%, was gar nicht mal so schlecht ist. Ist halt leicht über dem Markt, aber wir hatten hier auch noch den Spin-Off Yum Brands und Yum Brands ist sogar sehr interessant, da sie sogar eine richtig gute, ja, Wachstumsaktie sind und zusätzlich hat dieser Spin-Off noch weiteren Spin-Off gehabt, nämlich Yum Brands China. Also hier sieht man auch, Yum Brands ist sogar noch besser gewachsen mit fast 16% hier und dann hatten wir noch den Spin-Off von Yum Brands China. Also hier hat sogar der Spin-Off bereits einen Spin-Off gemacht und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber kommen wir zur Hauptaktie und hier haben wir mal eine Aktie, die jetzt nicht schon seit 50 Jahren, glaube ich, bei Altria oder ziemlich lange zumindest bei Altria und Pepsi. Hier haben wir die Tractor Supply Company. Das ist ja auch die Top-Position in meinem Depot. Man sieht hier auch einen Annual Return von 25,63%. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir hier nach 2020 auch sehen, wie die Aktie eigentlich nach oben schießt. Man könnte auch sagen, okay, die sind jetzt einen Ticken überbewertet, aber ich finde sie jetzt, selbst wenn wir mal sagen 25% zurückkommen, fände ich sie immer noch dann halt fair bewertet. Also, ja, man zahlt hier aktuell doch ein bisschen einen Aufschlag für die Qualität, aber man sieht hier auch einen super starken Annual Return. Da ist natürlich die Frage, okay, sie zahlen erst seit 10 Jahren Dividende. Haben sie eigentlich jetzt dadurch, dass sie Dividende zahlen, jetzt auch einen schlechteren Annual Return? Und dafür habe ich einfach geguckt, seit wann zahlen sie die Dividende? Und das war ungefähr am 10.03. bei der Ex-Tate. Also habe ich gesagt, okay, eine Woche vorher investieren wir mal in die Aktie und schauen, was seitdem der Annual Return ist. Und wir sehen hier, es ist auf jeden Fall immer noch ein sehr guter Annual Return, der sogar gestiegen ist. Was man auch sagen könnte, ist dadurch, dass natürlich hier auch das Bewertungsniveau am Ende auch gestiegen ist. Also man könnte hier auch sagen, ja, Tractor Supply Company wird jetzt vielleicht zurückkommen. Aber man sieht, gerade wenn man hier ein Unternehmen auch plant, über 30 Jahre zu halten, dann ist es sogar relativ egal, wenn man hier ein bisschen mehr bezahlt. Denn das wird sich dann halt über die Jahre halt immer wieder rauswaschen. Denn es ist besser, halt einen guten Preis für ein gutes Unternehmen zu zahlen. Und das ist meiner Meinung nach die Tractor Supply Company. Also wir sehen hier über 25% Total Return. Mir ist kein Spin-off bei der Tractor Supply Company bekannt, auf jeden Fall. Damit wollte ich klären, was halt hier gute Aktien sind. Aber man muss auch sagen, hier bei den Dividendenaktien haben wir genau den gleichen Survivor Chip Bias. Denn für, sagen wir mal, eine Tractor Supply Company gibt es auch eine General Electrics oder eine IBM, die natürlich einfach aktuell auch nicht gut gelaufen sind. Auch wahrscheinlich ein Total Return sehr negativ sind. Aber ich wollte damit zeigen, wenn ihr ein gutes Unternehmen findet, das über lange Jahre hinweg gute Ergebnisse liefert, dann werden sie auch im Aktienpreis euch das belohnen. Und mit einem langen Zeithorizont wird euch hier auf jeden Fall ein sehr guter Annual Return gegeben. Wir sehen hier auch gerade mal 1.000 Euro hätte man in die Tractor Supply Company investieren müssen vor 30 Jahren, um hier fast 600.000 Euro dann als Final Value zu haben. Also würde man natürlich die Dividende reinvestieren und die Steuern natürlich dann auch zusätzlich aus der eigenen Tasche zahlen. Das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Also konzentriert euch nicht darauf, Dividenden oder Wachstumsaktien zu kaufen, sondern konzentriert euch darauf, gute Unternehmen zu kaufen. Der Rest wird automatisch folgen. Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.